Jo, hi! Ich bin wieder da. Ich hab letztendlich gefunden, der war vorher auch schon da. Also, wo er jetzt ist. Etwas doof. Egal. So, ich glaube, ich geh mit Snubbull. Das ist meine einzige Chance. Ich werd dann eh wieder verlieren. Und ich muss mein Snubbull höher leveln. Ich hab gehört, Dark ist gut dagegen. Wo lauf ich denn hin? Mensch! Beziehungsweise, ich hab gelesen, dass Bock gut ist. Bock hab ich aber großartig nicht. Was hab ich auch gesagt? Will ich nicht. Nämlich Dark. Hat das eigentlich auch Dark? Ja, das hat auch Dark. Das heißt, ich kann auch mit Farbwetscht gehen. Das macht 70 bei Dark. Das macht 60. Ich geh mit Farbwetscht. So. Po-renta! Po-renta! Level not my key given here. Kuff, kuff. You thought you could kuff. X-K-S-K-Kuff-Kuff! Oh, forgot if it's bad. That's bad. That's bad. Bronzor! Das ist Bronzor eigentlich. Oh, Felix. Bronzor! Das ist irgendwie so ein Psycho-Ding. Psycho-Stil. Okay, wir gehen mit Dart. Hm. Hm. So super effektiv fand ich das gar nicht, du. Ja, Bronzor fand ich damit auch gar nicht so schlecht. Oh, Farbwetscht. Oh, Farbwetscht is grown up. Super. Ja. Mach mal. What? Swagger. I don't know. Farbwetscht is confused, Aida. Hatte Farbwetscht get confused. No, Farbwetscht is good. Gut, äh, dann nehmen wir vielleicht noch... Na ja. Nehmen wir Snowball, dann kannst du leveln. Pff. So. Weint. Mach mal. Snowball? Was soll das? Sancho, rette die Situation. Sancho, rette die Situation. Pff. Sancho. Magnitude. Super. Weeees. Gut, ich gehe dann mal wieder... ...und heil mich erstmal. Und ich dachte, Farbwetscht wäre gelevelt. Habe ich das jetzt verpasst? Keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass, äh, ja... ... dass mich Sancho da rausrettet und deswegen ist das so hohes Level. Sonst komme ich da nicht weiter. Ich habe meine Finger, glaube ich, irgendwie falsch immer. So, ups, da sind wir ja schon richtig. So, hallo Joe, ich bin schon wieder da. Ja, genau, bitteschön. Ja, ich, ich take immer care of them. Ja, bin doch voll gut und so im care-taking. So, ich schaue an die Füße komisch aus. So, kämpfen wir. Helden, Leute, hatten Slimer. Nennt man Slimer? Slimer? Na, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, Rettet jetzt wird Boretta jetzt gelevelt. So. Wer der Tante war schon. Nix. So gut, hi! I'm so excited! I just can't hide it! I'm so excited! I just can't hide it! Mr. Meme! Pff, okay. Also, ich hau dir einen Laura auf'n Kopf. Nein! Nein, du bist nicht. Nein! Ich hab's nicht so gemeint. So schön. Mein Pfarrfeld ist auch irgendwie so, gerne. Wollte immer gehen. So, likelihood. Du kannst es. Ich hab echt gutes Zeitsch. Bin ich froh drüber. So. Ah, deswegen ist es excited. Der Execute ist ein Psycho-Pokémon? Oh, das wusste ich gar nicht. Gut, hier der Vector Bitch. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Warum habe ich immer bloß Magnetode Level 5? Leck mich. Ich will jetzt hier zuerst hoch sein. Ach, wenigstens hat das funktioniert. Bitte nicht noch einmal. Okay. 100, 30, 80. Dann noch mal das hier. Das war aber so gut geht noch einmal. Gut. Dann würde ich sagen, geh mal gleich wieder. Weil jetzt das Waffe ist schon wieder tot. Gut. Oh, ich kann mein Sanschu... ...evolven... ...into... ...sens... ...sens... ...sanslash. Ach so, ja. Nö, möchte ich nicht. Nö. And now I'm scrambled. So gut. So gut. Ich geh mal eben kurz wieder alle fit machen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich laufe immer von A nach B und A nach B und dann so. Wow. Aber immerhin. Ja, ich versuche ein bisschen meine Pokémon zu leveln. Nebenbei. Okay. Da kann man sie eigentlich relativ gut leveln. Mein Sanschu ist schon level 80. Hey. So. Ja, bitte immer heilen. Dankeschön. Wenn ich es schaffe, mein Forfetch relativ hoch zu leveln, kann ich sogar die Tante da besiegen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht ganz so, wie ich es gern hätte. Und ich hab damals mein... ...mein Roman da viel, viel höher. Das ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Jetzt geh ich am meisten mit Sanschu. So, hier entlang bin ich da runtergegangen. Aber Tante. So. Oh! Ich hab nicht gesehen. My Pokémon may be as slow as I am, but we can still teach a Whitebrush Snadberg. I think we're too. Okay. Slowpoke. Kaki. Night Slash. Bye bye. Oh! So. Es lebt noch. Da. Wollen wir nochmal. Vielleicht misst jetzt Slowpoke. Das wäre echt viel cool. Naja. Oder auch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht willst du was mit Snowball. Mal gucken. 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 So, und dann glaube ich nicht, dass ich das weiter machen kann. Na gut, wir versuchen es vielleicht nochmal. Oder warte, wenn ich das jetzt einfach so lasse, das macht nix. Ich habe das noch am Leben, könnte es vielleicht davon auch noch XP kriegen. Oder? Das heißt auch. Hm. Slowbro. Earthquake. Ich hoffe es bringt was. Joa. So nochmal. Yay! Schon wieder gelevelt. So, Rage. Ich könnte alles vergessen. Feuer. White. Red. Bad. Ich möchte das nicht lernen. Are you sure you do not want to... Are you sure you want to do not learn this move? Yes. Ich kann's upleveln in so'n komisches Ding. Wie vorher was nicht hässlich haben, das ist dann auch nicht schön. Aber nö, ich möchte es noch nicht in Wolfen. Sie will still even. Wow. Tja. Und da sagt sie nix mehr. Ich bin froh, dass man verfälscht. Weil die ganze Zeit mit Snooble vielleicht ein bisschen höher ist. Ach, wenn Snooble jetzt auch nicht die beste Attacke hat. Aber ich finde Snooble immer noch etwas... ja, nicht so schlecht. So. Ach ja, stimmt. Ich hab ja auch ein Fahrrad. Vergesse ich immer. So. Nö, it's Joey. Hiiii. Pasch wieder heim. Danke. So. Fahrrad. Geht's doch schon ein bisschen schneller. Huiiii. So. Hier entlang. Da entlang. Da entlang. Hier runter. Hier runter. Oh du Sabrina. Da wollte ich jetzt noch nicht hin. Kann ich da vielleicht ricks umgehen? Ha. 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 Ist ja gut. Ist ja noch mal. Hier. Da im Plan. Hallo. Bei dem war ich ja schon. Der sieht sich nicht mehr für mich. Schade. Da ist nix. Achso, dann haben wir alle schon. Ist ja doof. Gut. Dann verkacken wir's jetzt mit Sabrina. Was hat die denn? Ich verkack so einfach. Ich krieg da keine XP mehr, oder? Boah, was mach ich? Ich hab keine Ahnung. Google mal. Was die hat. Dann überleg ich mir das. Sabrina. Sabrina hier. Da. Oh, come on. Oh, yeah. Sabrina. Ja, da. Oh, yeah. I had a vision of your arrival. Okay. Und sie hat hingehen. So zeigt's mir dann hier, was die für Pokémon hat. Was ist da hier? Die hat vier Pokémon. Wenn du not exempt. Okay, exempt. Zeig mal nochmal! So hier. Vielleicht komm ich ein bisschen durch. Ich glaube vielleicht komm ich nicht. Gut, wir versuchen's! Let's do it! Ich glaube das hat nicht so funktioniert, aber gut mach mal. Okay, das ist nicht schön, ist es. Es ist super effective hier. Gut, bye-bye! Es ist nur cool. Ich glaube, bald komm ich auch nicht weit. Oh, ich kann schon wieder ein neues Pokémon nehmen. Dann wird hier sowas? Was? Diese Knall hat verkackelt. Ich will jetzt gerade noch nicht leveln. Cut to Mega Drain Absorb. Hier, Mega Drain. Naaai, jetzt ist es tot. Ach, der ist ja ein Arsch. Ähm... Das packt auch. Hm... 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 Solche gute Feuer ist gut gegen... Gras, Eisberg und Stiel. Das ist nur Psycho. Ach, mach mal. Das ist Kämpfen und Kämpfen. Fertig, nochmal Eisrug. Auf der anderen Seite. Ähm... Du musst eine Mama attacken. Du musst auch mal eine Mama attacken. Ich denke, dass immer die Schubliezen anbelangt. Hm... Blödie? Ja so, bestellen, wie ich nicht mal das erste kriegen kann. Hm, so. 40, 50, 60. Das Stunt bringt auch nicht unbedingt was. Und das hier, Flame Veal. Wieso kann das nochmal attacken? So, hier, Mugnitude. Earthquake! So, hier, Sightwurst. Hier, Earthquake. Aber der Kiel ist nicht. Okay, bei dem Ding hab ich letztens verkackt. Da kann ich mich erinnern. Bei SPO. Hm. Ich kann's jetzt nochmal versuchen mit Earthquake. Oder ich könnte ein Pot nehmen und dann sterben. Hm. Super Potion. Okay, das hat nix gebrannt weg mich. Das war scheiße. Hier, Glomander. Kannst du zufälligerweise Sanctuary verheifen? Pff. Das bringt's ja was. Pokémon. Hä? Doch, Glomander ist tot, glaube ich, oder? Hey, sie liebt Glomander noch. Snowball. Snowball. Snowball möchte gerne eine... Äh, wo ist das denn hier? Potion? Nein. Herk and the... Nein, 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 nein. Ein Muck's Potion. Ein Sancho nutzen. Man kann's immer versuchen. Kann ich das investieren schon ganz voll? Sancho ist nicht ganz voll. Ist ne Lüge. Doch, Sancho ist ganz voll. Hm, gut. So, Earthquake. Oh mein Gott. Krass. So, und jetzt nochmal Earthquake. Und ich hoffe, dass... Als Kassam großartig nix macht, dass ich den einfach kegen kann. Bitte, bitte, bitte. Scheiße. Hahaha. Awww. Nö.